Hallo, ich bin Fiona und ich arbeite bei der Sparkasse Südholstein. Nach meinem Schulabschluss wusste ich noch gar nicht so richtig, was ich überhaupt machen möchte. Deswegen bin ich zu einer Azubi-Messe in Hinschicht-Ulzburg gegangen und der Sparkassenstand mit seinem typischen Sparkassenrot hat mich direkt überzeugt. Weiterhin fand ich es super toll, wie offen und selbstsicher die Azubis vor Ort an dem Stand für mich rüberkamen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nur ein Jahr später selbst hier stehe und die Sparkasse so vertreten darf. Ich bin echt froh, dass ich damals auf der Messe war. Und hallo, ich bin René Beretta. Über einen Besuch auf deine zahlreichen Messen würden wir uns sehr freuen, damit auch vielleicht du irgendwann ein Teil unseres Teams sein kannst. Bis dahin. Bis dann. Bis dann.